Jo Leute, willkommen zu diesem kleinen Video, nämlich wurde ich ein paar mal drauf angesprochen, ob man zu meinen Animationen auch Fanlabs machen darf. Und meine Antwort drauf ist, ja, ich erlaube euch ruhig zu meinen Animationen Fanlabs zu machen, es würde mich nämlich sehr freuen, wenn meine Animationen auch in anderen Sprachen geguckt werden können. Und außerdem wäre es auch eine super Werbung für mich, weil viele wahrscheinlich auch die Animatoren mal sich anschauen wollen. Und ja, das wollte ich schon mal kurz gesagt haben, demnächst schreibe ich es dann auch in die Beschreibung meiner Animationen und wir sehen uns dann auch. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017